Seit AutoCAD 2006 gibt es ein neues Menü-Steuerungssystem. Zuvor gab es ja die MNU-Dateien, die Sie nach wie vor laden können. Der Befehl dazu Menü-Lad, den gibt es nach wie vor und tatsächlich können Sie auch hier immer noch die MNU-Dateien oder MNS-Dateien aus den früheren AutoCADs bis 2005 laden. Ansonsten gibt es ab AutoCAD 2006, 2007, 2008 natürlich eine andere, eine neuartige Menü-Steuerung mit der Endung CUI, steht für Custom User Interface und Sie haben tatsächlich auch hier im Support-Verzeichnis des AutoCAD 2007 dementsprechend Ihre ACAD-CUI-Datei liegen. Das ist die Haupt-CUI-Datei, die jetzt auch geladen ist und dementsprechend hier meine Menüs bereitstellt. Auch Werkzeugkästen zählen dazu. Und das ist auch ganz wichtig und neu, nicht nur das Menü, sondern auch wie dieses Menü arrangiert ist. Also die Frage, habe ich diesen Werkzeugkasten hier oben oder hier unten, steht bereits in der ACAD-CUI-Datei und demnach nicht mehr, so wie früher, in den AutoCAD-Profilen. Im Profil selber, das Sie auch in den AutoCAD-Optionen anschauen können, hier im Profil steht eigentlich nur mehr, welche CUI-Datei geladen wird. Diese könnten Sie dann hier unter Dateien dementsprechend auch ändern. Das wäre hier unter der Pfad für Anpassungsdateien. Hauptanpassungsdatei hätten Sie hier die ACAD-CUI. Ich würde es aber nicht machen, denn dieses Profil gibt es nach wie vor, aber mehr oder weniger dazu, um zu entscheiden, ob Zusatzprogramme, Zusatzapplikationen geladen werden oder nicht. Die Frage, ob mein Werkzeugkasten hier ruht oder hier ruht oder welche Werkzeugkästen offen sind, ist nun in der CUI-Datei gespeichert und den richtigen Befehl, um solche Situationen abzuspeichern, haben Sie hier standardmäßig im AutoCAD schon offen. Und dieser Werkzeugkasten, ich ziehe diesen Werkzeugkasten mit gedrückter linker Maustaste, Sie sehen das unten ab meinem Input-Show, dass Sie da mit gedrückter linker Maustaste auf diesen beiden Griffen hier diesen Werkzeugkasten in die Mitte ziehen können. Und dieser Werkzeugkasten heißt Arbeitsbereiche, in dem also meine Situation abgespeichert wird. Standardmäßig gibt es von Autodesk drei Arbeitsbereiche bereitgestellt. Den 2D-Zeichnung und Beschriftung, mit dem man also 2D zeichnen kann. Sie haben hier die Bemaßungen offen und die Beschriftungstools, die neuen, mit denen Sie ja hier die maßstabsabhängige Beschriftung oder Bemaßung einstellen können. Dann gibt es noch die 3D-Modellierung, die also für die 3D-Konstruktion oder für das Modellieren und Rendering vorgesehen sind. So wie das AutoCAD klassisch, das Sie wahrscheinlich aus früheren Versionen kennen, ich aktiviere diesen Arbeitsbereich auch und Sie sehen, dass hier dann alle meine Werkzeugkästen anders arrangiert werden. Alle Dateien gibt es bei IT-Lumino AT.